Diese Spieler wird es nicht geben in EA Sports 24. Fangen wir an mit Marcelo. Ihn wird es leider nicht geben. Er wechselt in seine Heimat zurück in die brasilianische Liga zu Fluminense. Und wie ihr wisst, die gibt es leider nicht in FIFA. Machen wir weiter mit Jonas Hector. Ihn wird es auch nie wieder in FIFA geben, denn er hat seine Fußballkarriere beendet. Messi de Ozil gibt es auch leider nicht mehr. Er hat ja auch offiziell seine Karriere beendet. Aber vielleicht gibt es ihn entweder als Hero oder als Icon. Und zuletzt leider Dani Alves. Nicht, weil er aufhört oder irgendwo hin wechselt. Er ist aktuell immer noch in Haft. Das heißt, voraussichtlich wird er auch nicht im nächsten Spiel sein. Lass gerne ein Follow da und es gibt Part 2.